Ja, willkommen zurück zu Let's Play Cannon Fodder 3. Wir sind hier ordentlich am rumballern und wollen jetzt noch wieder zwei Generatoren ausschalten. Das sind dann, äh, falscher Knopf. Dann sind das nur noch acht Stück, die wir zerlegen müssen. Weil das war eine und das hier ist eine. Ach nee, um die Generatoren geht's ja gar nicht. Wir müssen ja diese Bögen kaputt machen, aber davon fehlen uns nur noch acht. Und da sind auch schon wieder welche, wie ich sehe. Beziehungsweise einer. Okay, den machen wir auch noch weg. Und diese Konsole gilt aber auch als Zerstörungsobjekt. Ich bin auch ein bisschen am Überlegen, was es wohl mit diesem Roboter da auf sich hat. Und, äh, diesen Gang, den wir da halt... Wahrscheinlich, denke ich mal, müssen wir den Kampfroboter holen, um dann durch diesen Gang mit den Maschinengebären durchzukommen. Wahrscheinlich ist das so gedacht. So, wir gucken mal. Ähm... Ich muss auf... Ja, ich muss durch den Gang, um weiterzukommen. Aber ich könnte da von unten lang. Ich glaube, ich könnte von unten lang, weil ich hätte da ja so eine Schranke geöffnet. Das heißt, ich muss den Weg immer jetzt zurückfinden. Wo bin ich denn ursprünglich hergekommen? Da muss ich mal schauen. Da ist was zum Einsammeln. Oh, pf, pf! Da ist was zum Einsammeln, ja. Ist klar. Alter Schwede. Das war nicht so gut. Der war nicht übel. So, was ist das denn für eine Atombombe hier? Nuklear-Missile. Let's have it. Das ist ein super Weapon. Die unglaublich kraftvolle Explosion. Ich werde es tun. Ich werde alles in Rang. Okay. Ob ich das für die Maschinengewehre einsetzen kann? Hm. Ich könnte sich... Ich gehe erstmal zurück und gucke, ob ich da jetzt vielleicht so durchkomme. Da bin ich ja hergekommen. Ne, hier bin ich nicht hergekommen. Aber, hä, wo kam ich denn her? Moment. Ah, ein weiter, okay. Ansonsten denke ich mal, muss ich vielleicht diese Nuklear-Bombe auf diese Maschinengewehrreihen da abfeuern. Also, vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß es auch nicht genau. So, hier kamen wir her. Genau. Und da kam, glaube ich, gleich so eine Barrikade oder so eine Laserschranke. Und die ist weg. Ich glaube, die ist weg. Ich bin halbtot, ne? Gab es hier hinten noch Energie? Warte mal. Hier war doch noch ein Midi-Pack. Da. Genau, das hole ich mir jetzt. Und der Dampf tötet mich anscheinend nicht. Sehr gut. Aye, aye. I'm going. Sehr schön. Midi-Pack. Noch dran erinnert und eingesammelt. Das ist gut. Genau. Und da oben gehen wir jetzt mal hoch. Na, das ist aber den Gang einfach umgang. Höh, höh. Okay. Läuft doch. So, C4. Ich habe nur noch zweimal C4. Cool. Now I can ride the Combat-Robot. I'm going. The Combat-Robot, ja. Ah. Scheiße. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass ihr von beiden Seiten kommt. Aber trotzdem kein Problem. Okay. Jetzt gibt es kleine Stelle Schuhe. Nein. Oh, genau auf meine Rübe. Verdammt. No problem. I'll do it. Granaten habe ich hier jetzt noch gar nicht benutzt, ne? Sollte ich das? So, da oben war ich, genau. Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Na, gibt es hier noch was Schönes? Ich weiß es nicht. Da oben könnte ich landen. Da ist ein Speicherpunkt und links. Also oben ist nur ein kleiner Zwischengang. Da gehen wir mal als erstes hin. Oh. Zwei Nuklear-Bomben jetzt schon. So ein schwarzes Loch, das sieht auch merkwürdig aus, ne? Ich möchte ja schon mal eine von diesen Nuklear-Bomben probieren, ne? Ich bin ja ehrlich. Ui, hier kommen komische Pflanzen. Okay. Ob ich da irgendwas von töten kann? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Aber wenn ich hier mit Atomwaffen um mich schmeiße, bin ich doch selbst tot, oder? Normalerweise. Nuklear-Raketen aus so einer Entfernung. Na, wir gucken mal. Alright. Ich werde es tun. Okay, das sieht so viel... Oh, da kommt was. Das ist was zum Zerstören. Pass mal auf. Excellent. Und? Es passiert nichts. Äh. Hohohoho! Alter! Ich gehe jetzt. Was war das? Ich werde es tun. Das war ja wohl richtig krass. Ich werde es tun. Okay. Hohoho. Der Sound alleine. No problem. Der Hammer. Echt, der Hammer. Hohoho. Also normalerweise würde ich mich nicht falsch verstehen, ne? Also ich würde mich nie über nukleare Waffen freuen, in Wirklichkeit. Aber das war ja mal der absolute Burner gerade. Und das Geile ist, ich habe noch einen Teil davon. Und ich kriege sogar noch neue. Und ich habe 44 Granaten. Alter. Was habe ich hier für Muni? Error. Heck ja. Es gab auch schon lange keinen Hinterhalt mehr, ne? Excellent. Na gut, ich habe auch schon lange keine Menschen mehr so richtig gesehen. Entweder nur Roboter in letzter Zeit. Ja, komm, ich stammt uns doch mal so eine Atombombe hier. Das ist geil. So. Die Frage ist, kann ich mit der Bazooka auch kaputt machen? Das geht tatsächlich. Denn es ist ja noch einfacher. Dann machen wir das doch so. Wir haben ja eh noch genug Muni. So. Okay, da ist gar kein Weg. Den muss ich wahrscheinlich noch erst erschaffen. Oh, fuck. Wahrscheinlich muss ich den Weg hier erst noch erschaffen, weil da ist ja gar keiner. Die Tür geht zwar auf. Hm. Okay. Warten wir mal ab. I'll do it. Geil, ich habe das Tor mit den Fässern kaputt gekriegt. Das noch nicht. Aber jetzt. Ja, geil. Das war ja relativ simpel. Vor allem mit dieser Atombombe, die wir gekriegt haben. Richtig, richtig geil. Es gibt ja, soweit ich weiß, keinen Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann oder sowas. Also, ich habe mir jetzt nicht auf leicht gestellt. Vielleicht gibt es hinterher einen zweiten Durchgang, den man machen kann, wo es dann schwieriger wird. Weil so, also jetzt, sag ich mal, das war jetzt schon sehr, sehr einfach. Mit diesen drei Atombomben, die man schon zubekommen hat. Total easy. Also, hätten sie auch weglassen können, dann wäre es ein bisschen anspruchsvoller gewesen. Aber ich will nicht meckern. Ich fand das richtig geil. Sehr, sehr cooler Auftrag. Ja, springen wir zur nächsten Mission. Und ich habe nicht so viele Leute verloren. Nur, das geht eigentlich. Das hält sich in Grenzen. Corporal Snow. Muss ich an Tribute von Panem denken. Das war ja Präsident Snow, ne? Ja. So, äh, Format C oder Format C. Hätte sich die bisschen noch festplattern. Find the access keys and hack into the supercomputer. Ja, heißt wahrscheinlich deswegen. Also, ich soll irgendwie Laufwerk C formatieren. Wahrscheinlich ist das irgendwie damit gemeint. Ja gut, ähm, ja, viele zwanzigste Mission. Wir kommen langsam jetzt auf die Zielgerade. Und, äh, ja, sind wir beim nächsten Part. Quatsch, nicht beim nächsten Part. Ich schneide euch ran, das wollte ich sagen. Okay, bis gleich. So, da sind wir also wieder. Ja, äh, okay. Sieht eigentlich aus wie immer. Ich gucke mal auf die Karte. Es ist gar nicht mal so viel, was wir machen müssen. Es gibt eine Geisel zu holen anscheinend. Aha, interessant. Wir starten oben rechts in der Ecke. So, wir müssen erstmal die Säcke einsammeln, vermute ich mal ganz stark. Also, ich denke mal, wir verarbeiten uns erstmal ganz nach links über den Bildschirm. Wir haben schon mal die gute Knarre. Das ist geil. Ähm, ja. Ich werde mal hier gucken, ob es hier was zum Einsammeln gibt. Es gibt Granaten. Und da nochmal Granaten. Ja, geil. Was ist denn mehr? Aha. Eigentlich bin ich jetzt schon wieder total zufrieden. Für mich, wie ist es scheiße. Mich visiert irgendwas an. Das da. Fuck. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ich habe mir direkt fast zwei Leute weggebombt. Alter, was geht denn hier ab? Da gibt es ein bisschen C4. Was ist das? Irgendwas visiert mich gerade an. Das finde ich nicht schön. Da. Jetzt sehe ich es. Okay. Fuck. Alter. Okay, hier geht es ein bisschen heißer zu. Aber nur, weil ich noch nicht so ganz, äh, strukturiert bin. Also, es sind fast alle jetzt ganz tot hier. Fast alle ganz tot. Genau, alle. Oh Mann, mich visiert schon wieder irgendwas an und ich sehe es nicht. Ich gehe mal raus. Aus dem Sichtfeld hier. Wer visiert mich denn an? Fuck. So, wartet mal mit. Ich habe mich gerade selbst in die Luft gegangen. Ich bin echt clever. Du Scheiße. Ich habe schon meine ersten vier Leute verloren. Das ist aber ein bisschen rasant jetzt gerade hier vonstatten gegangen. Okay. So, ich muss jetzt hier ein bisschen vorsichtiger an die ganze Sache rangehen. Erstmal von, von der Entfernung her. Nicht ganz so dicht diese Sachen kaputt machen. Oh, nicht auf mich rauf. Da ist so ein Teil. Jetzt sehe ich das. So, okay. Dann ist der schon mal weg. Oh, 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 oh. So, da ist da oben. Da ist ein Tor, okay. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ups, ich scheiße, ich habe um das Spiel rausgeklickt. Ah, ich sehe es. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, das Gute ist ja, dass das Spiel nicht echt, dass es nicht weiterläuft. Da habe ich echt so ein bisschen Panik immer vor. Habe ich eine Bazooka eigentlich? Habe ich, okay. Dann ist das Tor aber schon kaputt, okay. Oder? Ist es kaputt? Nee. Jetzt ist es kaputt. So. Was willst du denn hier? Weg da. So, ich bin ja gerade erst mal hier. Da ist was zum Zerstören. Das ist mal auf. Da komme ich ja ran, ne? Oh, das ist schon mal kaputt. Ja, komm. Das ist doch ganz geil so. Hahaha. So, da kommen wir ja noch hin. Aber jetzt geht das weiter. Ich muss ja diese Säckchen einsammeln. Tag ist Bazooka. Error. Ei, ei, ei. Okay. Okay, 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 okay. Hahaha. Wie die gleich immer wieder wegfliegen. Herrlich. Herrlich. Was ist das denn? Ich bin ja irgendwas eingesammelt. Oh, ich seh schon wieder da. Den wollen wir abknallen. Uh. Ein paar Sachen vielleicht? Ne, da ist nix. Das sind EMP-Granaten. Okay. Ei, ei. Ich bin auf meinem Weg. Ach ja, das wird irgendwie nie langweilig. Dieses Fässer anschießen. Das finde ich einfach zu geil. Okay. So. Okay, wir müssen weiter. Aber sollte hier nicht echt der Sack sein? Ach, der ist daneben an, der Sack. Gut, den holen wir uns dann gleich. So. Mal warten, was da alles explodiert. Das ist gut. Nix zum Einsammeln. Aha. Ich hab was angelockt. Da ist ein Speicherpunkt. Oh fuck. Hier ist mir zu viel los. Meine Güte. Oh, Energie. Die nehm ich mir doch gerne. Game saved. Oh, du bist weg. So. Ja. Die holen wir uns schon. Erstmal müssen wir C4 einsammeln. Das kann auch nicht verkehrt sein. Ne, 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 ne. So. Ja, kommt schon. So. Ich hatte übrigens tatsächlich eben zwölf Minuten wieder Ladebildschirm. Richtig, richtig geil. Also nicht. Aber. Okay, mich visiert schon wieder was an. Okay. So. Okay. Ähm, C4, ne? Zack. Ach, das ist der Generator. Den sollte wir vielleicht zerstören. All right. Excellent. Aha. Jetzt komme ich wahrscheinlich auch da ran, an den Sack. Guck mal an. Da wäre ich vorher gar nicht hin gekommen. Also gut, dass ich hier doch zuerst lang gelatscht bin. Habe ich da alles richtig gemacht? Natürlich habe ich das gewusst, na, ist klar. Ich töte mich fast wieder selbst. Hallo. Oh fuck. Das war die falsche Munition. So. Wacker, wacker, wacker. Okay, das Teil ist kaputt. Immerhin. Ist da doch so einer? Das war wieder übel, ne? Ah, ich würde es noch nicht einsammeln. Erstmal den zerstören. So. Fuck. Okay. Jetzt habe ich leider einen verloren. Aber es ist ein bisschen Heilung für meine zwei übrig gebliebenen Veteranen hier. Okay. Ah, geil. Da komme ich jetzt rein. Und kann mir das C4 einsammeln. Nein. Ups. Ah. Ich mache das viel zu gefährlich hier. Da sieht mich ja schon wieder was an. Das will ich nicht. Ah, okay. Ich glaube, ich werde mal die Granaten nehmen. Zack. Ich muss mal eben zur Orientierung einen kleinen Blick auf die Karte schmeißen. Da ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Aber ich muss den Sack holen. Das ist ganz wichtig. Und hier sind Tore. Äh. Zack. Ich habe ganz gut Granaten. Deswegen schmeißen wir ruhig nochmal welche da drauf. So. Was ist das nochmal Schönes hier? Nochmal EMP? Ja. Brauche ich eigentlich gar nicht so wirklich, ne? Aber das war mal die richtige Richtung. So. Und dann gibt es Bazooka. Die nehme ich doch gerne mit. Weg damit. Ich muss jetzt erstmal den Sack holen, glaube ich. Das ist wichtiger. So. Es ist ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Also diese Karte auf jeden Fall. Weil man nicht so richtig sich hier einen Weg langlegen kann. Das ist ein Riesenfeld. Und jetzt muss ich gucken. Ja, wo bin ich als erstes lang, ne? Aber das Gute ist, ich habe ja noch nicht so viele Leute verloren. Ganz am Anfang gleich vier? Ja, okay. Gebe ich zu, das war nicht so prall. Oh, fuck. Fuck. Heilige Scheiße. Was heißt das, wenn ich in diesem grünen Radius bin? Werde ich von irgendwem anvisiert? Hahaha. 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 Was ist hier los? Und ich werde schon wieder von irgendwas. Wer visiert mich hier schon wieder an? Da. Hahaha. Alter, hier ist was los. Ohne Scheiße, ey. Ja, komm, ich brauche ein paar Granaten bei mir, oder irgendwas. No problem. Okay, das war alles. Ich schmeiße dir mal irgendwas hin. So. I'm going. ID Receipt. Okay. Yes, sir. So, einen haben wir schon mal. Die anderen Säcke sind... Ach so, es gibt wieder mehrere und ich muss wieder gucken, welche sind Fakes, ne? Na gut, okay. Ja, machen wir weiter. Alright. Was sagt denn meine... Ich hätte sogar wieder Bazooka. Hm. We'll go. Mag ich. Hallo. Aye, aye. So. I'm going. Und schön bumm machen. Ja, der Part ist leider schon wieder rum. Das ist echt ärgerlich, aber... Also, einen Part nehmen wir noch auf. Also, ich muss ja zumindest versuchen, die Mission noch zu Ende zu kriegen. Das sollten wir vielleicht im nächsten Part schaffen. Also, ich sag mal so, egal was kommt, der nächste Part wird dann... Der letzte... Ne, ja, das ist rum. Wir müssen dieses Level noch schaffen. Egal, ob der nächste Part noch Doppellänge hat oder kürzer ist. Aber das sehen wir dann halt im nächsten Part. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Beziehungsweise morgen seht ihr mich, wenn ihr es live guckt. Bis dahin. Tschö, tschö.